Das ist jetzt das Ergebnis eines aktuellen Speedtests, der von 1&1 vorgeschlagen wird. Ich bezahle 16.000er Leitung. Das ist Ridiculous. Das ist echt Ridiculous. Nur mal so zum Abgleich, warum ich meine Streams alle löschen kann, weil da habt ihr Einzelbildschalter und da habt ihr keinen Ton mehr. Es macht keinen Spaß mehr. Wir bezahlen Geld für nichts. Für gar nichts. Und da sollte einfach mal so seitens der Gesetzgeber mal gesagt werden, wenn ihr eine Leistung anbietet, dann bringt die Leistung auch. 1&1 schiebt jetzt momentan auf Vodafone. Davor hatten wir schon, dass 1&1 das eben auf die Telekom schiebt. Ja, also es kann nicht sein, dass hier in Deutschland Bandbreite verkauft wird, die nicht erreichbar ist. Das ist leider. So viel dazu. Bis dann.